Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Entropy Zero. Okay, das scheint doch aktiv zu sein. Können wir eigentlich... ...eine Kugel reinschießen, die nicht so unglaublich viel bringt. Okay, nachladen bitte. Ja stimmt, wir können dich nicht großartig bewegen. Das ist, glaube ich, alles soweit schon kaputt. Dich haben wir erledigt. War ich hier eigentlich schon? Eher nicht? Okay, wir müssen wieder... Kriege ich eigentlich meine Rüstung aufgefüllt? Ich schätze nicht. Das ist natürlich nicht so schön. Okay. Ich bin beim Latein wieder ein bisschen am Ende, muss ich zugeben. Hier reinfeuern bringt ja auch nichts. Hier kommen wir her. Hier. Das könnte was gebracht haben. Jawohl, okay. Dann nehmen wir doch einfach mal die Ecke. Gut. Okay, hier dann wahrscheinlich ebenfalls. Blöbchen. Gut, wir kommen nicht mehr zurück. Wollte ich eigentlich vorher nochmal hinten rumschauen. Aber gut. Soviel dazu. Ja, das kennen wir ja. Dass wir hier ein paar Stimmen haben, die uns ansprechen. Sicher ist sicher. Das sieht dann auch nicht so vertrauenserweckend aus. Okay, dort ist zu. Die Leiter wird schon ihren Zweck haben. Okay. Dann schauen wir doch mal hier unten vorbei. Mhm. Ich gehe mal davon aus, irgendeiner wird von denen aufwachen und nach uns greifen. Ne? Okay. So. Ja. Hier. Gut, wir können uns da hinten nochmal aufladen. Leben sind ein ganz schön weiter Weg. Ich muss da hinten zurück. Hier oben sind die Laser. Ah, gut. Ich könnte halt hier rüberspringen. Gut. Gut, die sind wohl noch zu. Ich sehe mal von hier tatsächlich erst mal keine Möglichkeit, irgendwas auszuschalten. Von daher gehen wir erst mal wieder zurück. Da haben wir nämlich Munitionsnachschuld. Das war hier gerade im absolut ungünstigsten Moment. Mein liebes Spiel. Okay. Gut. Aber dann kann ich jetzt tatsächlich nochmal zurück. Ähm. Ja. Gut. So, vielen Dank. Einmal nochmal Notfall spritzen. Dankeschön. Ah, das bringt da noch nicht mal was. Das ist in dem Falle. Okay, dann haben wir also nix großartig verpasst. Gut. Gut. Alles klar. So, ich spare hier einfach mal hier. Okay. Ja, das ist soweit abgeschlossen. Wie kommen wir denn in dieses System rein? Das bringt alles weniger als erwartet. Hier ist ja wahrscheinlich zu, oder? Ist es... Ich muss gerade ein bisschen rumprobieren, weil ich noch keinen offensichtlichen Weg gefunden habe. Aber das kommt schon noch. Okay. Okay. Zum Glück haben wir ja hier Notfallvorräte. Ihr könnt halt auch... Ah, ne. Ja. Quasi noch eins nach unten. So. Hier ist nichts. Das ist soweit abgeschirmt. Das oben ja scheinbar auch. Ein bisschen mehr Licht könnte vielleicht helfen. Kommen wir hier durch. Nein. Das ist schon mal nicht zerstörbar. Wahrscheinlich geht es da dann mehr oder weniger weiter. Aber warum ist denn die Tür, wenn wir hier sowieso schon sind? Ne, das muss hier irgendwo weitergehen. Wart mal, können wir das zerstören? Ja. Ja. Okay. Das hat jetzt dazu geführt, dass hier Platz ist. Okay. Gut, gut, gut. Dann machen wir so weiter. In Ordnung. Von da drinnen können wir dann reinschießen und das die Tür wahrscheinlich öffnen. Okay, ich hab's verstanden. Ja. Nicht meckern, ihr kommt alle noch dran. Schätze ich. So, einmal noch mal hier reinhängen. Cool. Wart, das ist sogar noch eine Mission. Können wir jetzt vielleicht zurück? Okay. Glaube nicht. Ah, du befeuerst das. Ja, die Tür aber dummerweise zu ist. Müssen wir dich dann jetzt... ...von hier erledigen. Klappt das? Oder du kommst halt hier rein. Das wäre auch eine Idee und das geht kaputt. Ne? Nicht? Okay. Das scheint doch nicht so gefallen zu sein. Gut. Gut. Dann wollen wir hier mal die etwas größeren Geschütze raus. Okay, hier scheint mehr oder weniger One-Hits zu sein. Au, au, au. Ist denn so unter mir? Unglaublich genau ist die Waffe jetzt auch nicht. Aber es reicht. Okay, das reicht doch nicht. Hm, doch einiges an Leben abgezogen hier. Frech. Theoretisch sollten die auf unserer Seite sein. Okay. Okay, gerade noch so. Danke. So, dann würde ich mal gucken, dass wir da Munition kriegen. Das sieht nach Vortigon-Felder aus. Das ist quasi alles abgeriegelt hier. Oh. Ich bin tot. Ich bin tot. Geht ja mal mehr kaputt. Ah. Ja, ich dachte, du machst vielleicht die Felder kaputt. Aber das ist nicht der Fall. Ich schätze mal, ich muss den hier drauflocken, dass der runterfällt. Wäre jetzt so meine Idee. Okay. Okay. Wo wirst du getriggert? Hier. Okay, hier kommt es da rüber. Ist in Ordnung. Haben wir ja irgendwo was Loses wieder. Hier habe ich halt das Problem, dass ich an dir nicht mehr vorbeikomme. Hier ist auch schon kaputt. Okay. Ist jetzt wieder. Okay. Dann hat sich hier was geöffnet. Wie schön. Schon irgendwie. Dann können wir uns hier nochmal auffrischen. Das ist doch schon mal gut. Sehr cool. Na gut. War ja jetzt auch. Hat einiges abverlangt. Oder zumindest Leben gekostet. Abverlangt war jetzt ja nicht unbedingt. Mal draufballern. Und dann war er weg. Ich glaube, es muss hier irgendwas abschießen, aber es scheint nicht der Fall zu sein. Okay. 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 Wir sind wieder da. Hallöchen. Einmal dann auch. Oh. Ah, wir können hier Power laden. Da auch? Nee. Würde uns die Shotgun angeraten? Oh. Ah, toll. Na, da scheint aber einigermaßen effektiv zu sein. Mensch. Mensch. Mein liebe Firebolt, ich kann dich gerade überhaupt nicht gebrauchen. So. Aber gut, ja, dann würde ich sagen, in anderer Zeit und dadurch, dass die Folge tatsächlich heute noch online gehen muss, ich überhaupt gerade keine Zeit zum Vorproduzieren hatte, machen wir die Folge oder beenden wir die Folge hier gerade mal. Der Kampf ist dann beim nächsten Mal dran. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.